Moin Freunde was geht ab zu Minecraft Java Guide mit Theo 2.0 Part 19 In der letzten Folge haben wir ja ganz viel gemacht. Ich fasse nochmal alles zusammen was wir in der letzten Folge gemacht haben. In der letzten Folge haben wir diese Zombie XP Farm wie gesagt gebaut. Wo die Zombies hier langlaufen und die Schildkröteneier wollen und dann halt hier reinfallen. Und dann können wir halt hier runter gehen, die dann hier dadurch töten und das Loot fällt dann hier halt in die Truhen wie gesagt rein. Wo man dann wie gesagt nochmal reingehen kann und das ganze Loot sag ich jetzt mal looten kann. Das habe ich wie gesagt gebaut in der letzten Folge. Sieht eigentlich mega gut ausfindig was ich gebaut habe. Gefällt mir wie gesagt sehr gut. Was haben wir noch in der letzten Folge gemacht. Wir haben diese gute Schwarz Eiche hier gepflanzt. Das haben wir wie gesagt auch noch gemacht. Also ich habe schon mal wie gesagt noch ein bisschen das Eisen und ja wie gesagt. Ne was haben wir noch gemacht. Ja das haben wir eigentlich in der letzten Folge alles gemacht. Also wir haben die Schwarz Eiche gepflanzt und dann haben wir wie gesagt noch die Zombie XP-Fam gebaut. Das haben wir ja gesagt gemacht. Und in der letzten Folge habe ich am Ende festgestellt. Mir fehlt Eisen. Und zwar fehlt mir sogar eine ganze Menge Eisen. Ich habe das letzte hier nochmal gebraten was hier alles drin war. Oh hier fehlt mir sogar Kohle. Das fällt mir gerade auf. Ne es ist voll. Es ist einfach voll. Einfach voll. Das kann sich mir keiner vorstellen. Heute gehen wir wie gesagt noch mal ein bisschen Eisen fahren. Weil ich eine ganze Menge an Eisen wie gesagt noch brauche. Und ja. Ich würde sagen zum Eisen fahren gehen wir heute wieder in die gleiche Höhle wo wir letztes Mal auch wie gesagt waren. Und das war die Höhle wo wie gesagt die Mine immer war. Wo wir immer im Untergang sind. Weil da sind noch viele Gänge wo noch ganz viel Eisen ist. Ja. Vielleicht noch ein paar Dias weil ich habe nur noch 8 Dias glaube ich insgesamt. Ja. Genau. Das ist wie gesagt ganz wichtig. Das brauche ich wie gesagt. Genau. So wo habe ich mich jetzt runtergedreht. Wo waren das. Ah hier genau hier war es. Zack 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 zack. Hier war das Ding. Und hier war dann irgendwo glaube ich die Mine wie gesagt. Ah hier sind schon Eisen. Mit meiner Glücksspitzhacken. Wenn die Glück die Möglichkeit haben. Au. Schön. Ich habe auch glaube ich ein gar keine Feier habe ich leider dabei. Irgendwo ist schon Sklepp dran. Wenn die Nacht auch mal wach bleiben. Weil ich mal gucken will wie viele Zornis da reinfallen. Wie gesagt. Will ich mal gucken die Nacht. Oh hier geht's schon rein wie gesagt so ein bisschen. In diese Mine. Und ich guck mal ob hier irgendwo noch Eisen ist. Was wir noch wie gesagt noch nicht abgebaut haben. Weil hier muss ja noch einiges sein. An Eisen was ich noch nicht mitgenommen habe. Weil ich habe nicht so viel auf Eisen geachtet. Wir haben jetzt vier Eisensprungen. Weil ich habe ja Glück hier wie gesagt drauf. Ich habe ja Glück drei drauf. Das heißt wir können aus einem Eisen mehrere Eisen kriegen. Genau. Und ja. Jetzt wird hier einfach ganz starben Stoff nach Eisen nochmal gefarmt. Ich hätte mich auch einfach in eine große Höhle gehen können. Aber das wollte ich jetzt einfach nicht. Hier ist noch ganz viel hier mal direkt Eisen. Zack. Holen die auch nochmal mit hier. Weil hier ist einiges an Pohle. Ich möchte hier so anlachen. Und ich habe alles mal mit an Pohle wie gesagt. Ich habe gar kein Essen mitgenommen. Boah. Ich bin ja richtig schlau. Ich habe aber kein Essen mitgenommen. Das könnte mir zum Problem werden. Wenn ich jetzt kein Essen hier. So. So. Der Glücksspitzen. Mega gut. Da muss ich fahren. Gefällt mir. Jetzt hier irgendwie noch weiter. Hier geht's nicht mehr weiter. Da hatte ich ja wie gesagt schon geguckt. Hier geht's. Und nicht weiter. Oder? Ich bin irgendwie runter. Da war ein übelstiefer Gang. Hab ich den runter gegraben? Du musst ja. Okay. Dann nehme ich mir nochmal was zu essen mit. Passt eh ganz gut. Ich wollte eh noch was zu essen mit. Hier. Nehmen wir nochmal Brot mit. Obwohl ich hier glaube ich irgendwo noch gebratenes Gottelfleisch drin hatte. Warte ich mir das drin. Warte ich mir das drin. Warte ich mir noch gebratenes Gottelfleisch drin hatte. Warte ich mir das rein gepackt. Warte ich mir das rein gepackt. Boah. Boah. Das heilt immer ganz schnell und auch ganz ganz gut eigentlich. Wenn ich voll rausküsse wie ich es rein gepackt habe. So hier ist es schon mal jedenfalls nicht drin. So nicht gerade. Da müsste es ja hier irgendwo drin sein. Ah hier. Genau. Ich hab doch nicht schon geguckt. Und ich bin um los die Ehe. So jetzt geh nochmal neu rein weil. Feld des Lebens. Jo. Ich versuch mal. Ich möchte jetzt auch versuchen. Das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Einfach irgendwie eine Höhlenspalte zu finden wo es ganz tief runter geht. Weil wir wollen ja auch relativ. Ah hier schon direkt wieder Eisen. Das kann ich mal mitnehmen. 16 haben wir insgesamt mit dem Glücksspitzenden mega schnell ganz viel Eisen zu fahren. Mit hier eine richtige Quelle auch schon. Das ist wirklich nicht schwer. Immer hier lang. Das werden wir schon irgendwann was bewusst finden. Wenn es hier weitergehen würde. Gut dann müssen wir noch mal in den Minengang rein. Da wird es nichts für mich zu nehmen. Da wird es nichts für mich zu nehmen. Oh. Ja. Das wird was wir machen. Das wird was wir machen. Das ist ein Pg. Oh. Es brennt der Scheiße. Bitte trocken ein Stilett. Hat es Pfeile gedrückt? Ja. Keine Pfeile. Schade. Wenn er nicht Pfeile hätte wäre dann nicht so schlecht. Ich brauche mich mit ein paar Pfeile. Weil dann könnte ich meinen Bogen. Der ist ja. Wenn ich auf meinen Bogen um Unendlichkeit könnte ich mit einem Pfeil unendlich schießen. Schade habe ich ja nicht. Ach hier eigentlich schon. Ich kann nicht ob ich hier schon war. Ich müsste hier schon den größten Teil über eigentlich gewesen sein. Guck mir alles muss ich sagen. Ich bin ja nicht dran. Sehr bekannt vorher. Hier auch schon. Hier war ich schon überall. Ich war natürlich schon überall. Was mach ich denn hier? Ah der hat einen Pfeil gesucht. Sehr geil. Wir haben einen Eisen. Wir haben 21. Sehr gut. Der hat ganz gut. Sehr gut. jetzt aber auch nicht weiter, aber hier unten wenn ich runter bin ich schon wieder gelaufen von mir das nicht haben wir ganz frei oh ja, hier war schon bei den Medien aber Eisen, warum? das ist viermal ich bin zum nächsten Mal los, aber auch nicht mehr in die Höhle reinzugehen, weil da haben wir soviel rausgefarmt das kann ich jetzt hier einmal noch machen, aber sonst muss ich es nicht mehr, glaube ich, immer überall hier sagt ich schon überheben, im großen Teil, wie gesagt, da hier geht es uns interessant mal runter könnten wir Glück haben, dass es hier mal tiefer runter geht das aufgebaut für uns ja hier geht es tiefer runter, oh hier geht es tiefer runter, oh hoch das war glaube ich sogar die tiefe Höhe und in der Wahl, alter wir sind das, wie das das für den Mops 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 da ich das für den Mops da ab mann die Banken zu treffen die St die Strecke Ackermann die noch mal gehört, noch einmal. Ach, hier. Oh, eine Eisenschuppe. Verzaubert sie sogar mit Haltbarkeit. Jetzt gehen wir mal hier lang und suchen mal ein bisschen nach dirs. Da oben ist auch eine ganze Menge an Eisend, aber hier ist auch Gold. Das ist auch gut. Oh, ausgleichen. Das ist ein Fall, Junge. Also, richtig und richtig. Ich bin schon, hab ich schon einen Stack. Ja, fast einen Stack. 60. Jetzt hab ich einen Stack. Sehr gut. Jetzt schon. Das hat man mit den Rohstoffen gesagt, weil man kann so immer alle mal gebrauchen. Ach, nochmal hier. Ach, nochmal hier. Löff, der hat das noch mal ganz für Gold. Ja, die Spinne sieht nicht. Schießt sich weg da oben. Schießt sich weg da oben. Das ist ja noch. Das ein oder andere Eisen. Das ist krass. Das ist die Würde jetzt nicht mehr. Den Mops nicht hier. Für mich. Wenn die XP fahren wird, komm einfach hierher. Das ist eins mit Leder nicht drin. Das ist eins mit Leder nicht drin. Das ist eins mit Leder nicht drin. Stehen. Das ist eins mit Leder nicht drin. Das ist eins mit Leder nicht drin. Das sieht doch schon aus. Du siehst ja schon, wie ein Findchen. Und dann die Schicht ziehen. Ich brauche. Also. Das ist schön. Das Creeper hier immer. Ich kann ja mal hochgehen und sich alle mal wegschmetzeln. Dias! Die müssen wieder weglocken. Da oben sind Dias. Da oben sind Dias. Wie gesagt, da waren gerade Dias oder sind Dias. Die habe ich zum Beispiel übersehen. War nur ein Acht, leider. Das ging Dias, wenn hätt ich es gar nicht genommen. No. Die ist mit meinem Mund. Schönes Eisenbohr. Sehr gut. Da oben ist auch nochmal ganz für Eisenbohr. Alles mal wie so. Mit einem Eisenbohr ist es wirklich wichtig. Auch wenn es gerade für EFH oder andere soviel. Das ist insane. Wie viel man irgendwie dafür braucht später. Aber für die meisten Farms braucht es. Da unten ist nichts. Da habe ich mich auch echt gar keinen Bock drüber zu dunsen. Die Hürden ist echt ausgebündet. Hier finden wir noch den ein oder anderen Dia. Aber zur Seite geht es eigentlich noch. Von dem Hut her, was wir hier finden, ist noch ganz gut. Ich habe noch zwei Stacks. Aber ich will nicht die aus, muss ich mal nicht sagen. Also da. Ich habe schon bessere Zeiten erlebt. Oh naja, das ist ja nicht so schlimm. Da muss man die reinbauen. Dann manchmal hat man Glück und da hat man hier mal so ein paar drin noch. Ich höre bin ich dann. Und noch 10. Okay, da ist es noch nicht so unmöglich. Also da findet man nicht so ganz viele jetzt. Das ist schon mal so okay. Zwei Stacks und klar. Aufhören. Na nein, das ist schon klar. Aufhören. Ich mache jetzt an dem All nitrogen. Wimper, an dem einigen Sieg zu kommen. Und jetzt. Aufhören. 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 Arniceln. Aufhören. 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 lt Ahhhhhhhhhh Tofu, Reishock. Sehr nice. Okay. Okay. Was ist das? Ich denke, was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. das ich gar nicht Ich muss nicht umstarten, wirklich. Ah, da oben haben wir noch welche. Oh ja. Sieben. Okay, das ist okay. Das ist ganz gut. Das mach ich mir so, ich mach nur Spinnen. Der geht voll. Haltbarkeit 2. Was hat der drauf? Stärke. Ich nehm die einfach beide mal mit, weil die gehen ja eigentlich voll. Ich will das hier noch voll gehen. Ich brauch die Sache viel. Ich werde das hier drauf sagen. Ich werde das mit der Dachse zu lernen. Ich werde das mit dem Kasten raus bekommen. Ich werde das mit der Dachse zu entfernen. Ich werde das mit der Dachse zu entfernen. Oh, oh. Nein, nein, nein. Daimonsluck.. Gar nicht am Schaden. Das läuft man so vereinzelt so ein paar, aber... Ich hab immer noch den Tierspringer Ich hab immer noch den Tierspringer Ich hab immer noch den Tierspringer Vielleicht find ich etwas Ich kann auch immer noch den Tierspringer Ich erinnere was die Höhle komplett out ist das ist nicht so gut zu sagen Das war's für heute. Ah, wieder hier. Okay, er war schon überall. Prozent Prozent Klinik k zu betrunken und schluss k k k Okay. Oh, ein Lütschel. 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 Oh, was haben wir noch alles? Oh, ein Lütschel. 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 Vielen Dank. Wenn man die richtige Technik hat, dann ist es wirklich nicht schwer, die erst zu finden. Man braucht die richtige Technik, um die zu finden. Die Technik zu haben, das ist wirklich nicht so einfach. Oh, what the fuck? Das ist der perfekte Perfekt. Der perfekte Spot für Dias und dann findet einfach keiner. Das wird echt schon sein, dass das von den Dias her schon ein bisschen mau ist, oder? Oh, wow, wir haben jetzt auch nicht so viel gefunden. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Oh, wow. ich bin hier keine dienst auch hier auch einer das ist so nicht zu glauben auch hier so, ja Oho, Oho, Oho 27? Ey, wieviel waren das? Das sind so 10 Ey, wieviel waren das? Das waren mindestens 7 oder 8 Stück verdoppelt mit dem Dings Alter, warte, hell, ja Das ist insane Ich hab 27 hier, ne? Das ist insane Ich hab' die 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 Das ist richtig geil 4 5 5 4 5 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 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 8 9 10 10 10 11 10 11 11 10 11 12 11 12 12 14 14 15 15 und sieben es gibt k k hier k die 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 wahrscheinlich wahrscheinlich natürlich tschuldig und ist das glaube ich kein mensch mein kart und ab ich würde sagen aber die erkunden wir in der nächsten folge weil da habe ich dann auch viel mehr zeit in der nächsten folge als jetzt 10 durch das ganze besagt in der nächsten folge erkunden mit euch vorhin schon drauf zu sehen wenn ich mich mal und jetzt ist das geile ist ja durch das ist tiefgelegen das können wir hier unten jederzeit noch die aussehen ja also die auf die muss dann wird sich hier für die römer noch nie noch die aussehen das ist so geil und geschmacken zudem so zudem und noch kurz gucken wir sind ja alles zu viel also wie gehen wie gesagt ich baue mich jetzt ein Nächsten Folge gehen wir noch die Miene noch ein bisschen untersuchen weil es schaust und eine Miene da kann man viele geile Rohstoffe gesagt finden und das wäre jetzt einfach schade wenn wir da jetzt sind Prozent sie müssen sie haben gestalten und da einfach steinern so gut ich weiß es ist ein bisschen eng hier heute alles aber es sollte gehen in den morgen und hier und die und man sich jetzt hier gemacht schweiz also in dem Falle der nächsten Tag können wir weiter ja in dem Fall haut rein